Warum ich so wahr ausschaue? Das liegt daran, dass es 9.36 Uhr in der Früh ist, an einem Sonntag und ich geh jetzt in den Kirchen Ich bin gerade heimgekommen von der Gewürzagsfeier von unseren Werten Gitarristen Was tue ich um die Zeit noch auf? Facebook! Ich poste jetzt gleich noch öffentlich, dass wir am Abend im Weber Knecht die Jam Session eröffnen werden Es ist übrigens interessant, wie viele Leute gerade auf Facebook sind 18.10 Uhr Der Schlagzeuger sagt mir, der Sänger ist zu fertig Der Sänger sagt mir, der Schlagzeuger ist fertig Der Gitarrist ist verschollen Das kann ja was werden heute Jetzt habe ich mir auf der Steck eine Bank, wie ich mich hergesetzt habe Ich habe Angst gekriegt Das ist die Make-up-up Das ist wirklich schlimm und schädig Ich bin stehen da Nja 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 But the lights Das ist in der Riding Room, stay there I'm daydiskasching, I'll be right on Nothing left from these passion or reward I'm in your heart, pocket on black all my game Every time I'm in your heart, you need to make my reward I love you, I love you Stark war das heute, dass mir geht, dass mir geht Stark war das heute, stark war das heute Es ist alles nur eine Frage der Technik Ich glaube zu leicht, wir kriegen nichts zahlt für die Videos, ihr spinnt sowohl YouTube nutzt schon so schwer Ich glaube nur, dass es so schwer hat Was heißt das wie bei Sudan? Weniger Hast du gehört, Eddie Vedder, halt die Kosche Eddie Vedder, du Halt Aufpassen Haben die ja die Sicht Ich fang jetzt zu blären Ich kann nicht kippen, ey Er schreibt da einen traurigen Song drüber Er kann jetzt eine neue Hit singen Lass mich in Ruhe Lukas, gut, didn't give attention Und sie hat geschlafen Dann ist es gegangen, oder was? Dann ist es aufgerollt, hat ganz verstört geschaut Dann ist es aufgesprungen und ist weggegangen Wir haben da umgestellt, wie sie sehen können Wir haben da umgestellt, wie sie sehen können dieses hier, dieses rote war hier. 30 cm, doppelendig. Auch diese Perspektive aus dem anderen Eck vom Raum. Es ist ein komplett neues Gefühl. Der Luke ist gut, das ist ganz blau. Der Patrick Park. Ganz genau, warte, warte, warte. Schau, schau, schau. Jetzt kommt's. Da ist grau. Mist. Du!